Hallo, mein Name ist Ulrike Elsneck und ich bin Regionsbetreuerin für die Süd- und Weststeiermark bei der Landentwicklung Steiermark. Und wir setzen auf Dialog. Auch online. Denn Gemeindeentwicklung braucht die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Und das auch im digitalen Raum. Egal, ob beim Durchklicken durch eine Online-Umfrage oder beim Mitdiskutieren im Forum. Wir geben allen die Möglichkeit, sich unabhängig von Zeit und Raum einzubringen. Denn Beteiligung ist nicht nur analog, sondern auch online möglich.